Hamha! Zu Part... 35? Ja, danke. Essen, trinken ist wichtig, Leute. Denkt dran. Apropos wichtig. Ja, letzter Part. War sehr wichtig. Was hast du da? Tiny Potter Place. Achso! Achso! Ja, wir haben die Queen wieder getroffen. Yeah! Und der hat uns fast kaputt gehauen. Mit seinem Ball. Mit seinen Armen. Ja. Dann haben wir ein bisschen Story gemacht. Wir haben Lastnet bekommen. Wir haben Lastnet bekommen, was wir anscheinend irgendwie übersehen haben. Weiß ich lang konnte. Genau. Und ja, wir sind jetzt hier im Turnier. Das erste Turnier, was wir on-screen machen. Kennt ihr den Ort noch hier? Ist das nicht ein schöner Ort? Ja, es ist ein wunderschöner Ort. Ich muss sagen, weiß ich nicht. Ich... Ich mach mal... Hast du die letzten Mal gucken? Ja. Ja. Ho-Ho? Im Kolosseum. Doch. Doch, es war Ho-Ho. Und hat den Bösewicht... Mit dem Fluggerät, ne? Ach ja. Stimmt, hier haben wir Darby geholt. Ja. Ja. Stimmt. Das war Finale, Mann. Ja, hier haben wir Darby geholt. Oh mein Gott. Ich erinnere mich, hier haben wir Darby geholt. Mit Absicht. Mit Absicht verloren. Ja, wegen Darby. Ich mach mal... Ich hab den Flugschreiber Hut hier gemacht. Ja, ich mach den. Wisst ihr, was uns fehlt? Ein Wasser-Pokémon. Das... Ja. Wir haben... Keiner von uns hat ein Wasser-Pokémon. Hoffentlich. Wasser ist Neuer. Dann würd ich sagen, dass ein zu neuer Pokémon eine Wasserattacke erlernt. Wir haben ein guter T-End. Er mag mal leider. Ja. Den kann ich ja lernen. Franky auch. Ja. Oder ich. Weil... Oh Gott! Das hat es gebraucht! Es hat sich gebraucht. Jetzt darfst du gucken. Fokus-Bot ist immer noch da. Ja. Tag kommt. Ja, lol. Ich balze jetzt drauf, nehm ich noch... Ich bin schon dabei. So... Ja... Von Fußstrahl auf Rehort. Kannst du sehen? Ja. Max. Die Unterschiede zwischen Fokus-Bot und Fokus-Bot ist so... Fokus-Bot ist ja ein Weg. Weil das ja zu 100% klappt. Und Fokus-Band nur zu 10%, aber dafür jederzeit. Also... Immer. Egal ob du jetzt ein KP hast oder volle KP... 10%... Also wir brauchen echten Wasserpokémon. Wieso? Unsere Auswahl gerade. Wir brauchen echten Wasserpokémon, Alter. Das weiß ich nicht. Der Spaß. Hä, was? Wie ruft die Spaß? Der Spaß. Auch ein Franky! Ich wusste gar nicht, warum. Alle haben dann auch doof. Alle haben dann auch doof. Alle haben dann auch doof. Warum denn Franky? Alle haben dann doof. Aaaahhhhhh. Ich darfst vielleicht keinen Sinn mit dir umfüllen. Die ganz normale Attacken gut einsteigen. Ja. Das ist eine Anlegung. Wir nicht. Oh, warte mal. Ich krefe jedenfalls sehr effektiv. Sieh mal. Mit allen? Sieh mal. Sieh mal. Vielleicht kannst du mir auch noch ein bisschen spielen. Oh. 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 Er hält's aus. Er hält's aus. Doch. Franky hält's auch aus. Wie sie. Oh nein. Sieh schon. Oh nein. So, dann machen wir rechte Hand. Eisenschweif auf Rimon. Der ist tot. Wenn ich treffe. Ihr macht das schon. Wenn ich treffe, ist der tot. Deshalb hab ich mir einfach gefehlt. Abbruchs. Oder was ich wollte. Bam. Der holt sich selber. Ich will, als du triffst. Was drum. Okay. Rechte Runde. Jetzt kriegst du mal. Jetzt kriegst du mal. Jetzt kriegst du mal. Ey. Let's go. Franky hat gar keinen Bock auf die Gegner. Bam. War die beste Runde überhaupt. Er kam 12 doch besser. Ja. Als gegen D-Queen. Die D-Queen. Sollte auch so sein. Brotier's. Ljungiefer. Oh. Ganz ehrlich. Ljungiefer war so ein geiles Pokémon. Der Underred. Leider. Leider. Vor allem in den damaligen Spiel. Weil's dann nur Stahl war. Und es sehr spät aufgeführt? Nein. Nein! Granithöhle. Unter Etage. Unter Etage. Achso. Das ist doch ein chilly. Das war Pro Speaker. perfume. Flunkiefer war untergeschoss von der Granithülle, da war es so Meeres auch. In der Nähe von Faust, auf Affen. Nee, ich dachte, er ist aufgewacht. Und, getroffen, wieder! Flunkiefer bist so ein geiler Typ! Das macht die Eigenschaften, die ich von Poli verstehen kann. Vielleicht macht rechte Hand natürlich das besser, ne? Nee. Oh, oh, warte mal, der wollte Powercrunch machen. Well, that sucks. Ja gut, das ist natürlich doof für ihn. Das sagst du. Wäre jetzt scheiße gewesen, wenn es daneben gewesen wäre. Ja, jetzt macht er schon wieder Fokus. Er fehlt es jetzt auch. Wäre das, Franky ist tot? Oder, nee, Primer, Franky ist nicht tot. Ich habe über 100 Death. Oh, das könnte gut sein. Okay. Rechte Hand, keine Ahnung. Rechte ich noch nicht. Let's go! Multi-Tot. Ein. Ich glaube, es wird wirklich schaden. Ja, es wird auch ein bisschen schaden. Jetzt wird auch gut. Ey! Oh! Oh! Wir haben echt viele Relequente an. Junge! Es ist schon wieder Masa-Pokemon! Ach, Mann, ey! Das waren ja die ganze Zeit mit Relequente, oder? Okay, Brug, du musst da raus. Sorry! Ja, der soll die XP ja kriegen. Der soll sich ja entwickelt. Ja, der hat sich ja entwickelt. Oh! Einer hat noch zu. Ja, aber einer hat noch. Eine Aktion. Gehst du auf Franky? Aua! Aber ich glaube, es gibt noch... Das tötet mich. Nee. Okay. Oh! Wechselt wurde ich. Wenn ich auf Fendi geguckt habe, konnte ich das schlecht beobachten. Du, ich lasse Brug da nicht drinnen. Ja, ja, schon klar. Weil Brug braucht die XP. Ich habe noch ein Level. Haube ist rechte Hand weg, haben sie ja das? Dann helf ich dir. Mein Brug braucht nur noch ein Level, deswegen. Okay, warum nicht? Ich heile mal kurz. Ja, ja, mach das. Ein Supertraum nicht. Ob ich Relikant besiege, ist eine andere Sache. 50 reicht nicht. Ich muss höher. Ich muss auch in den Objekt rankieren. Ja, nach ruhig. Mein Formus ist jetzt nicht ganz nütz. Ja. Meine Renner-Rusche wird ex-stärken. Ja. Brug habe ich auch rausgeholt, sonst wird er auch sterben. Und er braucht die XP. Für Level. Ja, zwei reichen. Wenn, wenn, wenn. Ich überlege, ob ich dann gleich Psycho-Chineser einsetze. Was ist das? Para? Synchro? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, das klingt los, halt. Oh, mein Gott. Leben am Limit. Gut gemacht, Rico. That's my girl. That's my girl. So, jetzt kurz Rechenaufgabe. Schockwelle hat vorhin 120 gemacht. Die erste gewesen ist. Und mit Psycho-Chinese mach ich mehr Schaden. Ja. Mit Psycho-Chinese nimmt das Relikant raus. Ja, dann mach ich, nehm ich Relikant-Safe raus. Und ich glaub ich auch den Krümler, oder? Ja, mach so. Mach so. Ich hab darauf halt nicht geachtet. Ja. Ja, locker weg. Ja. Bevor er mit Schockwelle überlebt, Psycho-Chinese ist der Relikant. Und jetzt mach ich nämlich Lebensschelle. In der Hoffnung, dass der vielleicht verfehlt. Mhm. Rico kann ruhig sterben. Gut, flug ich wahrscheinlich eh schneller, aber... Ja, äh, ja. Für den Steuertakt soll ja die Lebensschelle reingbar werden. Genau. Rico hat ja ihren Soll erfüllt. Heissturm. Oh. Weide also. Ja. Ja, ich bin tot also. Heissturm. Was ist wohl? Der Steuertakt hat. Interessant. Ja. Nee. Könnte ja ihn jetzt senken. Aber Franky ist eh langsam. Ja, das richtig. Äh, jetzt kann ich auch einen Raynor reinschicken. Das ist ein Stahl-Fugon. Ja, kann ich fahren, ja. Hey. Wollte ich jetzt sagen. Und Stollrack ist ja durch den Matchband eh noch langsamer geworden. Ja. Und jetzt kommt ne Lebensschelle. Vielleicht Frau Väter, ja? Nächste Runde. Au. Au. Voll mit der Kopf. Au. Ja, wenn du den Rücken... Dann darfst du jetzt verbrennen. Äh, äh, verbrennen. Nächste Welle, mach jetzt einen Feindrück-Schaden. Mach Feindrück. Normalschaden. Nächste Welle macht Normalschaden. Nächste Welle macht Normalschaden. Ja. Nächste Welle. Nächste Welle. Nächste Welle macht. Nächste Welle. Ja, du musst so wissen, was du tun willst. Fünf Stärke, aber dafür ist ein Wurf genauer als Senn-Negon. Hallo, ja. Ich glaub wir haben die Schaden. Richtig. So, Franky, hilf dir einfach mit... Meinschweig. Boah. Da ist es neutral. Oder? Ich glaube... Stahl auf Stahl? Stahl auf Stahl? Stahl auf Stahl? Ich glaube, die schläft. Ich glaube, das ist nicht so effektiv. Die schläft. Oh. Ja, zurückschreckt würde ich mal sagen. Was hat die Irina eigentlich? Das war eh eingecrit. Das war eingecrit. Trotzdem. Die wollen, dass es Wulbuna wird. Nein. Das trägt noch nicht. Ausbeziehen. XP. Ja. Der schläft wahrscheinlich sowieso nicht. Und ich habe gesagt, er schläft zurück, LOL. Hör doch mal auf damit. Wir sind ein Team. Das ist dir schon bewusst, ne? Ich weiß. Das ist dir schon bewusst. Ja. Ah, wie geil. Wir sind ein Team. Nach diesem einen Prediction-Fade endlich wieder auf Normalzustand. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Ja, ich habe ja auch nichts gesagt. Deswegen. Ne, aber ich will auch, dass wir ja weiterkommen. Und noch lebt es. Ich habe Metallica auch nur gedrückt, weil Altschöf der Leben gegeben hat. Ja. 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 Mach das doch freiglich. Ja. Ja. Mach das doch freiglich. Ja. Mach das doch freiglich. Der stirbt jetzt. Der stirbt jetzt. Der stirbt jetzt. Schau. Let's go. Damals war es noch nicht. Ich. Da ist der tief der geil. Ja. Ich. 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 Und der weiß dann. Das Eis nicht. changed. Gegen was. Der 말. Was ist das weiteres? Jaar. Man kann die. Ist ja nicht zu steigern. Halbcirale. Noch zwei Runden. Uuh. Wiem. Gehen wir gegen Oma? Gegen eine? Ja. Hoibier. Hannah. ная. Das ist aber eine sehr männliche Szona. Die Trainer sind unwichtig. Wir haben bisher jeden NVC hier synchronisiert. Oh, Romeo ist cool. Oh nein. Oh nein bitte. Wetter. Nein. Mach sonnenlicht. Nichts Wetter. Aber ich will sie vorunziehen. Nein. Romeo. Ich kann Romeo. Warte mal, wer ist physisch hier? Romeo ist normal, ne? Ja, ich überlege ja. Zorkler hat ne gute Dev, ne? Händler ist Romeo. Ja, ja. Mein Blut kann jetzt rumbleiben, Blut krieg ich von den beiden nicht viel. Superglas. Bodenflug. Jawohl. Also alles Ultra. Ein Eisstrahl wäre sehr effektiv. Das stimmt. Vierfach effektiv sogar. Ja. Guck mal, das sind die Mini-Titzen hoch. Vielleicht direkt von mir zurück. Wow. Hast, guck dir von mir an. Das sind die Mini-Titzen hoch. Nein. Das sind Bälle. Das sind Bälle. Das sind Bälle. Das sind Bälle. Und dann Schluss. Komm mal fragen, was für ein Geschlecht das war. Es gibt kein Wetter. Oh, sie kommt aus Riebus. Voll gleich. Oh, warte mal. Es gibt keinen Sand von Meteorologen. Ne. Doch. Hä? Aber nicht die vorne. Ne. Ne, vorne dafür. Das ist ein Wetter. Ja. Das ist ne Wetterverschreibung. Meteorologen ist ja Wetterangniff aber gar nicht drin. Boah, noch ein wenig Schaden. Das heißt, jetzt hat er... Hat der auch das? Ausbrechen natürlich? Ja. Boah. Natürlich, Skoglar-Sandschleier. Die kommt wirklich aus Bios Arena. Ja. Aber du hast Finte. Das ist dir scheißegal. Ja. Ja gut. Schaden. Ne K.O. wieder. Ne K.O. Guck mal. Mir macht der Sand schon nichts. Ich war ja wieder hoch. Ne K.O. Weißt du was? Ne. Und rufst du da? Ne. Auf... Ich weiß auch nicht, Skoglar. Ich weiß, dass er... Ich glaub nicht, dass viele von mir Kalorien vermuten. Ja klar. Oder willst du nur meinen Wetter? Ja. Ja. Und auf Wetter trifft er immer. Das ist noch mal Schaden. Wie viel Teil machst du eigentlich? Das ist Christy. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warte mal. Wenn ich ihn jetzt verwirre und er sich selber haut, der macht sich viel Schaden. Jaja. Wenn er sich selber haut. Mal gucken, wie er wirklich geht. Ich bin ganz verwirrt, dass er auch... Ich hab irgendwie so starke Bomben gesehen, muss ich sagen. Du hättest... Das liegt auch daran, die Gegner sind stark. Ja, wenn ich hier war. Nicht hier unbedingt. Was soll ich mir machen hier? Wann geht ihr denn nicht hin, Will? Nein. Wird er mehr aushalten? Das ist meine Attacke. Ja lass ihn doch. Das ist doch seine Attacke. Ich bin meine Attacke. Weißt du, wir haben ja in der letzten Session gesagt, es gibt in der nächsten Session wohl Nona. Nein. Ja. Ich hab mich nicht kontaktiert. Ja. Ich hab dir gesagt, wir machen das in der nächsten Session. Hast du auch gesagt. Ich wusste gar nicht, dass er mir allein kommt. Vor allem, das ist aber nicht so gut. Das ist aber gerne. Du hast eigentlich ein gutes Move-Step mit Kon-Fu-Strahl, Flammenwurf, Hitzewelle, Schaufler. Was willst du denn da noch recht machen? Vielleicht Schaufler. Vielleicht Schaufler. Vielleicht Schaufler. Vielleicht Schaufler. Vielleicht Schaufler. Vielleicht ist es gut wie du wie weg. Well, er war von Meosli auch mal und genommen. Ja, ja. Das ist ja ein Normalkon. Ja, stücklich. Brooke, halte ich. 기억 dich wieder hoch. Nein. Ich hab keinen Schaden bekommen. Ich hab keinen Schaden bekommen. Ich hab keinen Schaden bekommen. Es ist das mit der Brücke. Ja, was ist das mit der Brücke oder eigentlich? Ja, was ist das mit der Brücke? Ich weiß nicht. Auch nicht. Ich weiß nicht noch, ob ich's Problem habe. Hau dich selber. Aber ich's Problem habe zu sagen. Ich weiß nicht immer noch. Ich hab ich's Problem. Das ist kein Kaffee. Hey, wo ist Bila? Oh, das kommt noch. Seinen Schwer-Tanz haben wir zuerst. Oh! Was kommen wir jetzt für ein Torhüter? Geil! Mach ruhig! Oh! 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 Von mir auch noch mehr. Von mir auch noch mehr als Meteorologe. Ganz gut. Also, das Ding ist, ich muss Buki hier rausholen, weil der entwickelt sich gleich. Ja. Jetzt musst du das ein. Ja, das ist die andere Sache. Was tue ich hier? Vielleicht kann Dietrich wirklich mehr Beben da drin bringen. Was tue ich jetzt ein? Toll. Ey, meine Familie kann verfehlen und kann verfehlen. Weißt du was? Again! Zeig uns mehr Beben. Jetzt probier die ich auch nennen. Ich glaub einfach Psychophonese auf Diktri eigentlich wäre. Delegator? Boah! Spannend! Spannend! Ja, Zeitschippen halt. Ja, mach so. Diktri mit Delegator. Das ist wild. Weil es macht von mir zu Füßen. Ja, ja, aber das ist wild. Das ist halt meine Delegator. Ja, ja! Deswegen! Ich hab keine Ungehalten selbst. Natürlich. Und? Yay! Sauti selber. Geil! So! Bald in der Sandstunde auch mal. Ja! Ah! Schön! Die oder noch eine Runde mehr. Ich weiß es nicht, aber wir haben Pause. Ja, wir haben Pause. Ja. Du hast, du hast... Ganz ehrlich. Sowohl Riku als auch Risa sind die einzigen in unserem Setzer Team gerade, die Schaden machen. Ey. Vor allem, das klingt so traurig. Risa macht Schaden. Ja, das ist aber die Wahrheit. Mehr als wir. Ja. Mehr als... Ist der Steinhaufen... Eisenhaufen dort auf... Feuerwehr. Eben noch ein Bein. Und vergisst... Und vergisst den... Geistlich. Und vergisst... Er hat die Verteidigungsgeschmack gesungen. Aber der Schiff jetzt geht. Ja. Der hat kein Death. Was kommt jetzt für ein Bohr? Das ist eine Glaskanone. Das kommt jetzt! Ich... Ich... Du kannst... Oh! Das ist für Riku nicht so gut. Das ist für Riku nicht so gut. Das ist für Riku nicht so gut. Das ist richtig. Ich frau dich selber. Oh... Riku nicht gut. Ja. Ja. Oh! Oh! Was ist das? Ich glaube Tuss für... Ja! sehr schnell! Pflanz! Deswegen! Pflanz! copy! aber ob du den tor überleben wirst... Standardverlust! Ich will schneller, als du bist! Das. Jetzt weiß ich nicht! N positiv bisschen schneller! Du triffst mit Bitterpus? Vor allem, ich bin nicht Pony. Ja, deswegen ja. Guck mal, die Arme müssen hier in den Herbackeln. Ich hätte auch Anziehung einsetzen können, aber Nackenloktuska ist halt weit weg. Oh wow, wärst du ein Wun oder? Hättest du mehr Schaden gemacht. Das wär auch so geschraubt. Das wär verwirrt. Ja und? Du hast ein Treffen. Oh! Ja, nice. Das gefällt mir. Nur Spezialangriff. Das gefällt mir. Ich hab das Gefühl, ich hab das Gefühl von Primus, Alter. Delegator, Sandsturm. Aber Primus hat ja keinen Delegator gehabt. Ja, aber gefühlt... Ich denke, du triffst Schaden ein, ne? Ja, ja. Wenn Geheimat-Power den Schaden weg macht, dann ist... Safe, oder? Seidenschal, ja. 10%! Ja! Das müssen wir froh fallen. Ja, weiß ich nicht. Na gut. Ja. Oder auch allein... Oh mein Gott. Vor allem, das ist so weit. Finale. Nein. Nein, das ist was anderes. Scheiß auf Finale. Wir kriegen... Wir kriegen mehr Power. Und mehr Defensive. Das ist wichtig. Defensive, warum wir? Wir kriegen mehr Defensive. Wir brauchen mehr Zeit. Oh, Luisa, 36. Entwickelt's dich jetzt auch? Wir brauchen mehr Zeit. Wir kriegen mehr Defensive. Ich dachte, meine Kombo wäre perfekt. Und jetzt, Freunde. Auf geht's! Auf geht's! Let's go! Soul King Brook ist damit... Voll entwickelt. Yes! Oh! Das könnte behilflich sein. Ja! Statt was? Rechte Hand und die Rechte Faust. Theoretisch? Ich meine, ich hab Spukball und Finsterfaust an. Finsterfaust kann nicht daneben gehen. Ich weiß. Ja, mach das. Die Rechte Hand hat so gute Arbeit geleistet. Die Faust wird zur Hand. Jetzt ist vorbei. Let's go! Jetzt ist vorbei. Die Hand wird zur Faust. Ich weiß, was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Die Faust wird zur Hand. Weil ich rechte Hand weggemacht hab und Finsterfaust gelernt hab. Finale! 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 Oh! Habt ihr gehört? Finale? Also letzter Part. Finale! Marek! Vogelpokémon! Ja! Ja! Weißt du was? Weißt du was, Marek? Wir haben jetzt richtige Defensive dabei. Kannst du hier wollen. Kamos! 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 Jetzt kommt die Defensive rein. Ja. Jetzt kommt die Defensive rein. Boom! Geh doch mal! Geh doch mal! Geh doch mal! Ich will euch für die Def-Werte wissen. Ich will mal kurz gucken. Ja guck ruhig. Das hätte ich mir gut zu trauen. Boah! Ja! 100. Hahahaha! 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 Hast du einen Träger bekommen? Der Zwinger! Heißt, die Gegner verbrauchen jetzt 2x AP pro Attacke. Das brauch ich. Ja! Ja, hat Marek jetzt nicht. Sortieren? Ah ne, du kannst ja so viel wie du willst. Ist man nicht die Unlicht? Ist das neutral oder? Unlicht ist äh... Machen wir's mal. Wieso fällt's mir nicht schlecht? Und ich hab auch nicht das nicht sehr effektiv. Ja. Glaube ich dir. Selber Typ auf Selber Typ ist immer nicht sehr effektiv. Nicht bei allen. Ich glaube Schlauze wäre elektrisch rein zu holen. Auf welchem Typ denn nicht? Normal. Äh... Käfer. Kampf. Da ist es sogar sehr effektiv. Drache genauso. Oh, was willst du jetzt reinholen? Wirklich zwischen die Gestein nicht. Wir können wir nicht reinholen. Und ich... Ist ja nicht gestackt. Gestein ist noch neutral. Und recht stark gegen Psycho, ja. Die eine Katze raus, die andere Katze rein. Ja, was soll ich machen mit Kinoa? Was soll ich tun? Alles gut, alles gut. Alles gut. Was soll ich tun? Alles ok. Oh, Bumidxfinger. Oh, leuchtet. Warte mal. Gefährlich, gefährlich. Ach, also für Risa ja. Für Brut nicht. Oh leuchtet. Mach mal'n Fußstuhl auf weiter. Mal gucken. Ich glaub ist auch ein Nachden dran. Warte. Warte, wie bist du das vor? Wärts grad gewesen. Und jetzt sie selbst. Jawoll. Und jetzt wird noch verliebt sein. Im Rieser. Ja? Ja. Wie ist das? Ja, aber der Charakter... Wieso bist du nicht daneben gegangen? Auf dich. Wow. Es hat mein Bauch warm. Lecker aufgekissen. Ich bin nervig. So, und jetzt wird auf Panzerion gefokust, weil Panzerion kann sich nicht in mich verlieben. Oh. Ja gut, gefokust. Das war auf Pokémon wirklich. Es gibt keine schlechten Beziehungen. Ja, damals war es anders. Aber heute ist es auch so. Es ist halt immer noch so. Ja, weil es wahrscheinlich zu broken wäre. Dankeschön, Spiel. Das ist ein Partner. Nee. Lass mal lieber. Wow. Das ist ja viel Schaden. Jo. Jo. Dann mach ich glaube ich nochmal Geheimpower. Vielleicht paralysier ich noch Panzer Elrond. Oder du senkst die Spezialverteidigung. Das ist ja auch geil. Ey, dann passiert auch so. Als würde das sogar passieren. Let's go. Jetzt ist Schock, wenn er stärker ist. Weil Spitzler ist weg. Wenn er zweimal das Ding übertrifft. Egal, ich mach lieber Geheimpower. Hau dich selber. Hau dich selber. Krambox macht nichts. Ich bin aber auch Panzer Elrond. Spannend. Aber schon. Paralyse. Fett. Parafusion. Parafusion. Er kommt bei euch. Wow. Ey, verdient. Aber trotzdem verdient. Dafür das verdient. Oh, yes. Brumm. Lücker. Ich hab die Angriff getankt. Finzer raus. Wui. Wow, das war nichts. Aber? Nein. Ja, Luke ist auch nicht da um Schaden zu machen. Ja, auch nicht. Luke ist da um da zu stehen. Okay. So groß ist es weg. Ja. Und quasi die Angriff. Deswegen ist, wenn ich Luke hochheile. Ja. Die fokusten gerade Brooke. Oh, wow. Ja, nicht mich. Das ist das Gute, aber für Risa. Vielleicht weil sie viel zu dumm sind gerade. So, jetzt kann ich nur noch Schockwelle. Kau dich selber. Ey. Oh. Oh. Das hat viel Effekt an alle Leute. Erst bei der kommt durch. Weil Krambox nicht besiegt. Ne. Ja. Aber Spukbar hat sich gelohnt wegen der... Jetzt muss ich der Helfer. Hey. Hey. Frage von Krambox zweimal durchkommen mit Leuchten. Ja, klar. Der kann immer noch. Stimmt. Der kann sich immer verlieben. Ja, ja, ja. Jetzt ist die Frage. Guck jetzt zweimal durch. Ich liebe den von Krambox. Ich liebe dieses Auge da oben. Weil bei Zwölklobs anzeige. Ich liebe das Auge bei Zwölklobs anzeige. Das ist so geil. Ne, oben. Bei dem Gesicht. Bei dem Gesichter. Mal gucken. Aber wir spielen das richtig gut runter, muss ich sagen. Ja, oder? Ja. Ja, das ist eigentlich immer zur Völklobs. Die beide wahrscheinlich wieder. Guck dir das Auge an. Oh. Guck's dir an. Das ist eine Pugel. Ja. Das ist so cool. Und vier Pokémon und die... Die fühlen sich wieder gehört. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Alles ist schneller als ich. Ja. Ja. Mit der Kraft der Liebe gewinnt das Duell. Ja. Aber du so. Oh. Das wird... Natürlich. Er hat von den Leuten... Von den Himmelsfeger Fete gespielt. Ich meine, er zeigt die Kraft des Himmels. Ja. Hast du dir gesagt. Ja. Aber nicht so einseitig im Alter nicht. Ja, doch. Ja, doch. Na gut. Ich meine, du gehst auf Noctur? Ja. Ja. Aber kann ich gut. Ja, ich weiß nicht. Ich bin totmacher. Aber... Spannung haben wir auf Noctur. Wenn ich doch durch... Hä? Er wechselt. Er wechselt. Wow. Clever. Mega clever. Warum? Weil ich einen Sprungball genutzt habe. Deswegen clever. Ich hab's gelesen, dass es noch gewirft. Ach. Ich belebe mich. Oh. Oh. Und deswegen sind Pokémon-Kondition und XD richtig gut. Weil das so... Ey! Die Trainer sind klug. Ich bin schlauer. Ja. Sie gehen nicht mehr auf die Wand. Der ist clever getötet, ey. Nur ein Pokémon war männlich. Sonst... Ich fand auch ein kleines verliebtes Kramon in der Hand. Ja, Kramon ist aber nicht mehr verliebt. Nein. Nein, noch nicht mehr. Aber sowieso? Der ist so krank. Komm, komm. Komm, komm. Oh, Alter. Der ist so schnell, ne? Ja, gut. Das ist cool, ey. Der ist auch weh. Ja. Wenn ich nie mal das machen darf, ist das okay. Ja. Ja, es ist immerhin kein... Oh, Gott. Es ist immerhin kein Step, ne? Das ist halt... Alter, wir spielen das so gut runter. Ja. Aber langsam kommt wieder. Aber er spielt auf Zeit, das Board. Er macht das so, dass der Part nur... Das Lustige ist... Er spielt auf Zeit. Du kannst das auch. Ich kann auch auf Zeit spielen. Aber wenn du jetzt getrauen willst, kannst du das K.O. Gehst du doch? Nö. Machst die Heft-Nas-Nas-Nas-Dreck. Aber auch vorhin die Heft-Nas-Nas-Nas-Nas-Nas. Dann muss er näher vertreten. Oh. Noctur hat nicht wirklich einen Angriff dazu. Aber schreib das gleich. Ja. Mh. 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 Der Kurt hat gemeldet. Der Kurt. Aber du kannst auf Zeit spielen, wusste ich ja. Weißt du was? Du kannst auf Zeit spielen. Kann ich. Vor allem, die sind so dumm, ne? Warte mal. Ich weiß, warum er gewechselt hat. Er hat keine AP mehr auf Himmelsfliger. Verscheidet. Ah, stimmt. Ah, stimmt. Himmelsfliger hat nur Funden für AP. Ja, ja, ja. Da kam es da so eingesetzt, ja. Oder war das sogar 10? Ich weiß es. Aber er hat keine AP mehr gehabt. Ja, ja. Er kann es ja nicht für Verluste. Oh. Mh. Wenn es der einzige Move ist, dann wäre das ja echt. Nun kommt die Eiltes vorbei. Ja, ne? Ja, was warst du rein? Risas. Bestorben. Ja, ja. Ich hab Fränky reingeholt. Bei Fränky denken sie so, physische Attacken? Geil. Nehm ich. Ihr macht das schon. Physische Attacken? Immer her damit. Ich glaube an euch. Die prallen am Meer ab. Eisenschweif auf Schwalle Boss. Boah, ein G-Stein-Move von dir wäre echt cool. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der keinen gelernt hat. Hm. Warum vielleicht noch? Glaube ich nicht. Ich guck einfach mal. Ich glaube auch nicht mehr. Ich guck. Also ganz ehrlich, wenn wir irgendwo die TM Steinheit oder Felsgrab kriegen. Sofort rein. Bei Fränky kriegt die. Vielleicht noch ein Himmelsfeger. Vielleicht noch ein Himmelsfeger. Ja. Ja, toll. Hallo, wer kann's glaube ich nicht? Keiner. Nicht mal? Nein. Keiner. Auch nicht? Nein. Keiner. Was kann ein Himmelsfeger? Ey, 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 ey. Das kommt wieder. Ja, ey, ey, ey. Keine AP mehr. Warte mal. Warte mal, geh so. Oh. Hättest du auf Fränky gegangen, hätte ich gesagt, sag ich Dankeschön. Aber so ist es gut. Aber so ist es gut. Da geht fast gut. Der ist relativ. Der ist hier sonst hier im Finale. Tschüss Kramos. Kommt rein und stirbst direkt. Weeeeee. Was soll das doch machen? Level up. Was? Nice. Muss echt never nicht eigentlich. Ja. Boah, ist halt mal auch schwach, bei Dunkle. Bring die doch nicht rein. Wollen sie doch nicht rein. Ja, weil die schwach sind. Das sind die geworden. Ich glaube, es hilft nicht, dass wir das gewonnen sind. Auf beiden die ganze Zeit? Wir müssen zwei Angriffen machen. Wir sind schneller zu beiden, glaube ich. Ja, weil Himmelsfeger hätt dich getötet. Ja, dann müsst ihr ja da rankommen. Ich hab zwei Runden Zeit dafür. Was möcht' du machen? Ich möchte es gerne töten. Du bist verwirrt, weiß ich. Aber warte, überleg mal, wenn die Hütte, wenn die Hütte hier machen kann ich. Ups, ja. Ja, dann schau, das bist du blieben. Das ist egal, aber ich habe nur eine gewandert durch. Ich lerne keine Scheisse, oder? Ich steuere ab nicht, aber ich weiß nicht, ob das vor. Eigentlich, wie wir gerade auf, eigentlich kann Bulbis auch sein stehen. Ich buddle mich ein, Himmelsfeger. Buddeln, Himmelsfeger, buddeln, Himmelsfeger. Machst du gut. Franky, ernsthaft. Warum hast du jetzt nicht getroffen, Alter? Rechte Hand ist jetzt nicht wie ein Retter. Ah, Franky, ey. Okay. Finale gewonnen. Juhu. Geilo. Finale gewonnen. Oh, da kam der gegen ihn. Ja, wir haben uns auch. Das hat uns den ganzen Tag aufgefressen. Ja. Ist egal. Zwei Teile im Finale. Also drei Kämpfe. Durchschnittlich jeder 10 Minuten. Ich habe wohl auch noch voll vorgefressen und nicht toll. Ja. Ich meine voll vorgefressen. Ich auch. Wollte ich gleich? Das kriegen die geschenkt. Wo? 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 Herstlichen Glückwund. Was aber wundervoll aus, siehst du. Acht haben! Ja, voll. Nehme ich an. TN040. Übernahme glaube ich? Mhm. Aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Ne. Wir gucken wie viel. Oh, guck mal. Höhle? Wir machen das Offscrew, weil wir ja eh den Ballpunt werden. Ja. Übernahme war's wirklich. Super. Wow. Hat's es gelohnt? Nein. Also für TN nicht. Fürs Geld, ja? Geld auf jeden Fall und Erfahrung. Und Weiterentwicklung, ne? Höhle! Ist ja nur noch die Hürde. Find's ja noch. Mediti. Mediti. Kann schon. Können wir auch Offscrew machen, gleich auf dem Ballpunt? Wir sind die, die das hochladen. Ist okay. Oh, 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 oh. Das gleich spielt die Machtkarte. Entschuldigung. Ist das dein Ding? Entschuldigung. Entschuldigung, war das meine Idee? Was? Na, das Projekt überhaupt zu starten. Ja. Also ich meine, ich wollte die beiden Spiele sowieso spielen. Ja, ja. Ich hatte sogar vor, absolut geisteskrank zu sein. Du hast ja die nicht mehr dort. Hä? Das ist doch klein. Achso, ach, das stimmt. Da unten. Verdammt. Scheiße, das ist da unten ja noch klein. Ah, shit. Was ist passiert? Es ist wirklich da unten in der Box klein. Achso. Ah, shit. Verdammt. Verdammt. Ich weiß nicht, dass irgendwas passt denn so richtig. Achso, sofort. Hm. Verdammig. Ups. Ich mag, dass dein Kopf in eine sehr monotone Farbe stellt. Das ist geil, oder? Ja. Nein, der auch ziemlich rot. Mhm. Die Bundesliga ist gut bisher. Er hat einen Regenbogen. Ja, es fehlt noch. Oh, rot fehlt noch. Er hat er doch mit Kabel. Oh, orange ist das. Oh. Du hast es wie Vulpix, oder? Liege gerne. Das ist gut. Ja. So, vielleicht Wok jetzt von der Liste streichen für die nächste Session. Ciao. Ciao. Wen soll ich noch reinnehmen? Na, ich meine, jemand, der nicht so einen Level hat. Ich bin glaube, aus der Vorderreihe aus. Oder jemand, der mehr ballen kann? Also Ursaring oder Ruffy. Also Kuma oder Ruffy. Ey, ja. Pflanze. Pflanze. Ganz ehrlich, Ruffy hat aber nur Mega-Sauger. Oh. Und Tempo-Heap. Also du hast streichen. Okay. Ja und, kam es noch nicht schlecht. So. Willst du den Part beten? Ja, wir haben nichts gegen Kam, tatsächlich. Also wir haben nichts gegen Normal. Das Ding ist aber, ich glaube, Ursaring ballert aber noch mehr. Ja. Ja. Ich meine, mit der Zusammenung, ja. Danke Ruffy. Ja, Ruffy kommt immer wieder. Yay. Vor allem Ruffy kommt immer wieder, wenn es vielleicht um ein bestimmtes Pokémon geht, weil er hat ihn ja quasi auch geholt. Ja. Ja. Ich parate jetzt Pokémon bei so einem. Ja. Aber ja. Äh. Part zu Ende. Ja. 35. Aber 35 ist zu Ende, wir haben das Kolosseum geschafft. Yay. Und dafür haben wir Übernahme. Geld. Und die Entwicklung. Und die Entwicklung von Brook. Das ist richtig. Das ist das Wichtigste in diesem Part geführt. Tatsächlich ja. Und das Geld. Überhaupt. Und in diesem Part haben wir eine Story. Ich war da. And play. Seid wir werden nicht wieder von Dekuid oder so unterbrochen. Genau. Und ja, vielleicht ändert sich das Team ein bisschen. Vielleicht werde ich einen Monen austauschen. Vielleicht auch nicht. Weiß ich nicht. Ich nicht. Du hast ja nur drei. Ich kann aber tauschen. Du kannst Ladybug mitnehmen. Ja. Der noch weniger Schaden macht. Yay. Aber er hat dafür zu Brottsachen. Das ist richtig. Ja, Freunde. Bis dahin würde ich sagen. Bye Q. Bye Q. Bye Q. Bye Q.